So, können wir denn kurz mal hier diese Kriege beenden, liebe Leute? Macht doch weißen Frieden. Es hat doch keinen Sinn, jetzt hier zu kämpfen. Das tut doch überhaupt nicht Not jetzt hier. Bastl spielt nervös mit seinem Ärmel, als ich die Tür zu meinen Gemälen öffne. Was treibt er hier zu dieser Stunde, der Lump? Ich bitte vielmals um Entschuldigung, doch ich muss euch unter vier Augen sprechen. Ich habe etwas sehr Interessantes herausgefunden. Er hat ein Geheimnis von unserer Ehefrau entdeckt, also seiner Mutter. Der wird uns jetzt bestimmt sagen, dass unser Erstgeborener nicht von uns ist. Wir verlieren unser Druckmittel gegen Bastl, das ist aber okay. Wir könnten ihn auch foltern. Ja, wir müssen ihn nicht jetzt direkt foltern, nee. Wir brauchen kein Druckmittel gegen ihn. Er ist ja eh zu nix Nutze. Sie ist ungläubig. Aha. Da, schau her. Hat die denn für Eigenschaften hier? Leidenschaft fürs Leben hat sie? Interessantes Gespräch und wiederbelebte Freundschaft. Sie geht rein, das Spiel der Petzen. Kann ich dich denn dazu zwingen, wieder gläubig zu werden? So, wir werden sie erstmal schön erpressen, unsere Ehefrau. Haben wir sonst noch jemanden, den wir erpressen können? Nein. So, und vielleicht hat die gute Dame, die hat die keine Kohle, nein. Die hat leider keine Kohle. Das heißt, da können wir auch nix herausziehen. Lange dauert es noch, bis wir hier ein bisschen mehr Kriegsvolk rekrutieren können? 15 Jahre noch. Ein Motto für die Ewigkeit. Ich brauche etwas Großartiges, etwas Episches, damit sich meine Schöpfung von der Masse abhebt. So. Er will wahrscheinlich was einschmelzen, oder? Was für ein großartiger Einfall. Einfach perfekt. Was haltet ihr davon, wenn euer Motto auf dem von euch beauftragten Werk prangt? Ach so, das ist okay. Frömmigkeit. Frömmigkeit. Ich hätte jetzt sogar... Ah Mist, ich würde es gerne machen. Es wäre aber auch ganz gut, wenn wir ein bisschen Puffer hätten für Frömmigkeit. Weil wenn uns hier wieder Frömmigkeit wegfällt, dann können wir wieder nach dem Krieg den Titel nicht gründen. Den Königstitel nicht gründen. Von daher wäre ein Puffer schon ganz nett. Aber Bekanntheit wäre halt auch ganz gut. Komm, wir machen mal den Puffer hier. Ich will nicht jetzt... Dann sind die drei Kriege vorbei und ich kann wieder nichts machen. Du hättest dir die Erpressung mit Meinungsabzug auch sparen können. Wieso denn? Wieso habt ihr was dagegen, dass ich meine Ehefrau erpresse? Bitte was? Auch wenn sie keine Kohle hat. Natürlich wird die erpresst, damit sie weiß, woran sie ist, wenn sie schon ungläubig ist. Noch ein Bündnis Kinder mit Jüngeren. Ne, ich fange jetzt nicht mehr an, Kinder zu bekommen. Ich bin froh, dass ich nur zwei Söhne habe. Wenn ich jetzt nochmal eine neue Ehefrau mir suche, die Kinder bekommt, dann kommen ja noch mehr Kinder nach und ich verliere noch mehr. Wir müssen aber schauen, ob wir den Vastel nicht vielleicht dann sogar enterben. Momentan bekommt er nur ein Herzogtum, also nur den Titel. Aber sämtliche Grafschaften bleiben bei mir. Und mir ist halt ganz wichtig, dass wir hier Innsbruck und Schasslau behalten. Für die Miene, ne? Das ist ganz wichtig. Aber vielleicht, dass wir dann unseren zweitgeborenen Sohn noch enterben. Wir gucken mal, wie es dann aussieht, wenn das Königreich da ist. Aber dann wird er wahrscheinlich auch ein Herzogtum bekommen. Eine Mischkultur würde er schaffen. Okay. Kriegsorden wurde gegründet und wir werden aufgefordert, im Krieg mitzumischen. Können wir uns aus dem Bündnis schleichen? König Pritzlar von Großmeeren. Er hat halt nichts mehr jetzt. Also er ist schon ein starker Verbündeter eigentlich. Also ich würde ihn schon ganz gern behalten. Auch wenn er jetzt so kriegstreiberisch ist. Frage ist nur, wir könnten ihm ein bisschen Geld schicken. Ah, hier würde das Bündnis beendet werden. Das heißt, alle drei Kriege werden sofort weg. Können dann natürlich gucken, ob wir nicht... Ah, hier oben 4.500, Oberhäuptling Julius. Wir gucken mal ganz kurz, ob es Alternativen gäbe. Ob es hier vielleicht gute Alternativen gibt hier. Vessex mit 5.000. Balaton ist, glaube ich, im Süden. Ja. Hätte 3.000. Also es gäbe noch Alternativen, die wir hier uns anschauen könnten. Unsere Tochter. Balaton auch. Mercia. Also wir sind jetzt ehrlich gesagt nicht mehr angewiesen auf deinem Bündnis. Wir verlieren ein bisschen Prestige hier, aber das ist okay. Und wir müssen jetzt nicht warten, bis diese Sachen hier vorbei sind. Da sind wir aktuell bei 54. Ich habe keinen Bock mehr zu warten. Da bist du jetzt selber schuld. Ach, ich bin trotzdem noch mit dabei. Ach, das ist ja... Ach, wir sind ja trotzdem noch mit dabei. Naja, wir müssen wenigstens nicht mehr mitmachen. Das läuft ja bis zum Ende des Krieges. Natürlich. Hä? Jetzt muss ich hier dreimal... Jetzt muss ich hier dreimal 150 Prestige-Punkte einsetzen. Ja, wisst ihr was? Wir entsenden einfach unsere Truppen. Wir sagen, wir entsenden unsere Truppen. Machen aber nichts. Natürlich. Mach doch, was du willst hier. Oh, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Da sind alle drei Kriege auf einem Schlag beendet worden jetzt. Wow. Na gut. Er wäre ja sowieso kein guter Bündnispartner mehr. Er hat ja eh nichts mehr. Gut. Jetzt können wir aber rauszoomen, liebe Freunde. Und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Wir gründen das Königreich Bayern. Stufe 2 ist das jetzt hier. Mal schauen, ob zwei... Oh Gott. Ob zwei nebeneinander stehen können. Das ist kein gutes Zeichen hier, oder? Dass hier dieser... Dass hier dieser... Dieser Screen leer ist. Ich mach mal kurz eine Sicherung. Nicht, dass mir jetzt hier irgendwas kaputt geht. So. Wir gehen nochmal rein. Vielleicht auch nur so ein kleiner Bug. Jetzt geht's wieder. Sehr schön. Also 300 Gold, 500 Prestige, 200 Frömmigkeit. Hiermit wird ein neues Reich ausgerufen. Das Königreich Bayern. 2.0. Alter, was für eine riesige Klamauk hier. Als König... Äh, nee, Moment. Als König nicht. Ein neugespieltes Reich erst mal. Ich habe getan, was sonst niemand konnte. Ich habe die Lande von Bayern mit denen von Nordgau und Böhmen vereint. Mein ganzes Leben habe ich darauf hingearbeitet, meine Vasallen zu mir zu rufen, auf dass sie mir von neuem die Treue schwören. Jetzt und für immer da werde ich nicht nur Lehnseher für sie sein, nein, sondern König. König von Bayern. Guck mal kurz auf die Karte. Es gibt tatsächlich so, wie ich gesagt habe, zwei Bayern jetzt. Einmal mit unserem Wappen und einmal mit dem anderen Wappen. Sehr schön. Was habe ich denn nachgemacht? Der Bayerische Hof. Als König habt ihr neue Aufgaben und Pflichten. Man wird von euch erwarten, regelmäßig Hof zu halten, Streitigkeiten im Reich zu erklären und eure Höflinge an den täglichen Abläufen teilhaben zu lassen. Greifen Hildegard von Rothenburg sieht mich unverwandt und in einer fast schon belehrenden Art und Weise an. Vielleicht liegt sogar etwas Überraschung in ihrem Blick. Wieso ist die denn so verbundet? Was hat die denn gemacht hier? Eine Güte. Sie entrollt ein wunderschönes Banner mit dem Emblem vom Haus, vom Berg. Einer der Wege, auf dem die Welt nun über eure Herrschaft urteilen wird, ist die Art und Weise, wie ihr euren Hof schmückt und versorgt. Ich war so frei und habe dieses Geschenk anfertigen lassen, um die Geburtsstunde eures Hofs angemessen zu dokumentieren. So. Sollen sie ihrem neuen König sehen? Was andere Angelegenheiten? Ne, ne. Wir gehen jetzt gleich zum Hof natürlich. Weil ich schon sagen muss, diese Hofausstattung ist echt nicht hübsch, mit diesen Wänden und diesen Kacheln hier unten. Da gibt es wesentlich schönere Höfe. Aber hey, ich will nicht schon wieder lästern. Das Langlebe der König von Bayern nieder mit dem König von Bayern. So. Erstmal die Artefakte, die wir hier haben. Also, das Banner hier hinten wird geschmückt mit dem wahrscheinlich Dynastie-Banner. Wobei wir hier auch, je nachdem, wir hängen ja alles auf, ne. Wir hängen alles auf, was da ist. Wir haben hier noch irgendwelche alten Funzel-Banner. Die werden auch noch alle aufgehängt. Also die Banner. Und wir packen mal das Dynastie-Banner mit dem Wolfskopf hinter uns. Dann das Haus-Banner an die Seite mit dem Wolfskopf. Und hier noch. Ja, wenn dann hier diesen Wandteppich von hervorragend. Was ist das denn? Wandteppich von hervorragend. Okay. Auch den hängen wir noch auf. So. Damit sind die Plätze eh schon wieder durch. Wir sind aktuell auf einer Prachtstufe von dreieinhalb. Brauchen nur zwei. Das ist schon mal ganz gut. Hofart. Gelehrtenhof oder Verwaltungshof kostet uns 500 Prestigepunkte. Verwaltungshof. Kulturakzeptanz fördern erhöht. Ah, das wäre schon ganz gut. Entwicklungszuwachs Vasallensteuer erhöht. Gelehrtenhof würde uns Bildung bringen. Lebenswandelpunkte. Also das würde ich auf alle Fälle gerne wechseln. Auf Verwaltungshof. Äh, wir könnten aktuell nichts wechseln. Sehe ich das richtig? Ich bin gerade am überlegen, wenn wir die Mischkultur machen hier oben, sind aktuell bei 26, das wird unser Herrscher nicht mehr erleben. Wenn wir die Mischkultur machen, kostet uns das 1000. Bis wir dahin kommen, können wir jetzt aber auch die 500 investieren. In den Verwaltungshof. Ja. Gut. Wieso, was, wieso guckt er denn so seltsam, unser Herrscher hier? Sehr stechender Blick. Ich dachte, das hätten sie eigentlich schon gefixt jetzt hier. Jetzt sieht er wieder ein bisschen normal aus. E-Frau, ja. Na gut. Rang 27 in der Welt. Da muss noch einiges gehen jetzt. Aber sowas von. Gut. Hof halten können wir auch noch. Das kostet uns noch ein bisschen was. Aber, was wir jetzt auch machen können, ist endlich, endlich ein bisschen mehr Kriegsvolk halten. Da werden wir gleich noch aufrüsten. Dann, wir können noch von der Gretel Zahlung verlangen. Unsere Tochter, die hat gar nichts. 0,1 pro Monat. Komm, ich zahle, ich hole mir mal die Kohle von ihr, damit die rausfällt. Wenige Ritter, die werden noch aufgefüllt. Und wichtig ist, wir müssen unsere Herzogtümer jetzt aufteilen. Nicht auftauen. Aufteilen. Und wir werden natürlich das Herzogtum Böhmen. Wobei, Nordgau macht mehr Sinn. Wir lassen mal Böhmen, weil hier auch Chaslau mit dabei ist. Wir werden mal Nordgau abdrücken. Die Frage ist an wen hier. Der ist ja sauer hier. Der Graf Landpert ist Anspruchstelle auf den Titel. Das ist natürlich, der ist ja überall hier drin. Da werden wir jemand anderen reinsetzen, oder? Ah, der bräuchte. Ah, der hier oben vielleicht? Habe ich minus 33 Tyrannen aktuell? Bitte was? So viel war das durch das Ausquetschen? Minus 33? Ich dachte, das waren irgendwie 10 oder 20. Doch ein bisschen mehr, wie ich dachte, Mensch. Doch ein bisschen mehr. Also, wir geben das Herzogtum hier oben an Graf Landfried von Nürnberg. Äh, genau. Er ist nämlich kein Anspruchsteller und deswegen bekommt er hier von mir diesen Titel. Nordgau. Mal schauen, wie lange er ihn halten kann. Wahrscheinlich nicht lange. So. Wie sieht es eigentlich aus mit unserer Sprache derzeit? Sechs Jahre immer noch, Mensch. Das dauert ja ewig. Derzeit können wir leider jetzt niemanden beeinflussen. aber es sieht ja ganz gut aus, ne? Also, einigermaßen grün. Ach, der geht ja wieder nicht hier. Bisschen orange, aber die Grafen können wir dann ja abziehen. Der hat ja den Anspruch hier. Hä? Wer war das jetzt? War das doch er. Da stand doch gerade im Tooltip Anspruchsteller. Achso, der hat den Anspruch auf Nordgau, deswegen. Deswegen wahrscheinlich stand das hier drin. Tipp ich mal. Gut. Dann werden wir gleich mal Hof halten, würde ich sagen. Bisschen Punkte investieren noch. Und dann mal entscheiden, was wir mit unserem Anspruch auf Österreich machen. Wir haben aktuell noch einen Waffenstillstand, der geht bis 933, also drei Jahre noch. Und dann würde ich sagen, wenn Bayern einigermaßen schwach ist, dass wir dann mal angreifen. Kule mäßig, was sollen wir uns denn holen? Es ist aktuell nichts in Planung, dass wir irgendwelche Spezialeinheiten bekommen. momentan sind wir hier noch bei den Antrittsplätzen, die uns nochmal ein zusätzlicher Kriegsvolk gibt. Das heißt, wir haben aktuell leichtes Fußvolk, wir haben Pikiniere und wir haben Onaga. Also ganz gern hätte ich eigentlich mal Pferde, um ein bisschen die Verluste zu erhöhen. Dass wir uns mal Pferde holen, damit wenn wir Krieg führen oder eine Schlacht führen, dass wir dann einfach ein bisschen mehr Verluste machen. Deswegen sage ich ja, vielleicht wer weiß, wie lange er das halten kann dann. Er ist ja doch recht mächtig. Also wir holen uns mal Reiterei. Kostet uns 85 und wir werden gleich mal upgraden auf die höchste Stufe. so dann können die sich schon mal schön auffüllen. Dann haben wir jetzt noch 800 Prestigepunkte. Wir werden einmal Hof halten. So aus dem Hofarzt kann sich um die Angelegenheit kümmern. 250 Frömmigkeit. Können wir dann vom Papst nochmal anfragen. Dann gebt ihm den Tod, den er will, ein Duell. Wir würden aufstrebender Schwertmeister werden. Ich meine, wir hätten ja den Nachfolger. Ja, ihr macht das euch wieder ein bisschen leicht hier. Ich muss mit den Konsequenzen dann leben. Kann ich mal kurz gucken? Er hat zwölf Kampfgeschick hat er. Nee, komm. Was soll schon passieren? Genau. Es wäre gut, Anspannung verlieren, Prestige und Schwertmeister. Wir holen uns die Frömmigkeit. Unsere kämpfenden Tage sind vorbei. So, die Elenie und ihr Gemahl nähern sich langsam. Mein Fürst, ich habe Kenntnis von einem Komplott im Reich. Das Opfer, dem geschadet werden soll, ist mein Gemahl. Ich habe keine Beweise, vermute aber, dass es Gräfin Guntrud ist. Das ist natürlich Quatsch, wenn man da, kann man ja nicht einfach so sagen. Ich fliehe euch an, kerkert Guntrud ein und setzt diesem Wahnsinn ein Ende. Macht da überhaupt keinen Sinn, wie so sollte ich den da jetzt zusagen? Das macht natürlich keinen Sinn. Hin fort mit euch. Ein dünner, zerlumpter Bauer steht vor mir, starrt auf die Opulenz meines Trotshals. Da er oft sich nicht abgelenkt ist, rufe ich nach ihm, um seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Verzeiht, mein Fürst. Mein Dorf in Passau wurde dieses Jahr von der Braunfäule heimgesucht. Wir haben nicht nur unsere Ernte verloren, sondern auch unser Saatgut. So, ein System errichten zur gemeinsamen Nutzung, Ernteteilung, Entwicklung und Volksmeinung. Wir geben ihm 50 Gold, wir halten 10 Hofpracht und erfreute Bauern. Wir haben nicht mehr so viel Gold. Freiwilliger Frohn für Gebäude Bauzeit und Kosten oder Pflugschaden in Passau auf Geburtsgröße erhöht, aber dafür Steuern reduziert. Ja, wir nehmen mal das hier, das ist so die Verwalteroption hier oben. Richtig gelohnt hat sich das mal wieder nicht. Das Ganze ist so ich nicht. Das Ganze